Halloween vor der Tür und Halloween Drops wird es natürlich auch bei Vibi geben. Dazu gab es gestern ein Twitter-Space und ich werde dir auf jeden Fall zeigen, welche Halloween Drops es alles geben wird. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch den nächsten Villians Poster Drop an, der ein bisschen speziell ist. Und wir schauen uns einen Tweet von David an, der auf ein mögliches neues Collectible von Jurassic Park hindeutet. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vibi und hier mit den wichtigsten Villians, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und deswegen solltest du unbedingt diesen Kanal hier abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und starten würde ich sagen, dann tun wir an dieser Stelle auch mit dem letzten Twitter-Space und den nächsten Halloween Drops, die wir sehen werden. Einen haben wir unter anderem schon angekündigt bekommen, auf den gehen wir aber gleich ein. Wir gehen jetzt wirklich ganz speziell hier auf den Twitter-Space ein. Bevor wir jetzt aber auf die Halloween Drops eingehen, gehe ich noch ganz kurz auf ein paar andere Punkte ein, die David unter anderem auch in dem Twitter-Space erwähnt hat. Wie zum Beispiel, dass er auch in Frankreich, wo das nächste Vibi-Event sehr wahrscheinlich stattfinden wird, Anfang des Jahres, dass dort auch noch einige Marvel-Spider-Man-Comics mit verfügbar sein werden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie in guter Qualität sein werden, deswegen schaut euch, dass ihr irgendwie vielleicht über Mittel und Wege das auch noch bekommt. Ansonsten ist dort auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das ein oder andere noch mit abzugreifen. Ansonsten noch etwas weiteres zu Frankreich bzw. zu Paris nächsten Jahres, denn David hat gesagt, dass sie das auf jeden Fall auch extrem zelebrieren wollen. Ähnlich tatsächlich auch wie in New York dieses Jahr. Und New York war schon wirklich krass, was die Partys jedenfalls anging und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt. Außerdem soll es dort noch weitere Ankündigungen zu Lizenzpartnern und vieles mehr geben. Nun kommen wir aber zu den Halloween-Drops und dort werden wir zum Beispiel am Samstag eine neue Series von den USPS-Briefmarken sehen und zwar nämlich die ersten animierten Halloween-Briefmarken. Und die sollen wohl sehr, sehr cool aussehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde natürlich mit euch, sobald da die Drop-Details draußen sind, mit euch teilen. Außerdem werden wir auch passend zu Halloween den Ghost Raider bekommen. Und nicht nur als Collectible, sondern auch als Comic. Und dort bekommen wir das Ghost Raider Hashtag 1 Comic aus dem Jahre 1990 mit Danny Ketch und unter anderem wird auch das Ghost Raider Collectible hier an Danny Ketch angelehnt werden. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall hier auf ein sehr interessantes Collectible gefasst machen. Das ganze Comic selbst ist nicht wirklich viel wert, wie ihr schon erzählt. Auf Go Collect eine 9.8, gerade mal 260 Dollar, was man aber auch nicht außer Acht lassen sollte, sind hier die gegradeten Comics, denn die sind ziemlich hoch. Hier 852 Comics, das ist halt einfach schon eine ganz schöne Menge. Nichtsdestotrotz scheint es aber auf jeden Fall ein relativ beliebtes Comic zu sein. Könnte man jetzt anhand der Grades darauf schließen. Ich halte mich aber definitiv bei diesem Comic zurück. Bei dem Collectible selbst werde ich dann auf jeden Fall schauen, was für eine Edition-Size das sein wird und auch wie viel der kosten wird. Ansonsten werden wir auf jeden Fall in den darauffolgenden Tagen noch weitere Sachen sehen, wie zum Beispiel von MGM, die Addams Family, wo wir unter anderem auch drei Collectibles bekommen werden. Dazu gehören zum Beispiel ein animiertes Bild, sowie auch ein Collectible zu der Hand, beziehungsweise The Thing. Und dieses wird zum Beispiel auch animiert sein, unter anderem wird auch ein weiteres Collectible droppen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was hier auch mit den unterschiedlichen Partnern so alles kommen wird. Ansonsten gab es noch einen ganz kurzen Kommentar zum November. Der soll anscheinend auch sehr interessant werden. Das heißt, auf jeden Fall hier immer up to date bleiben, Kanal abonnieren und dann wirst du definitiv nichts verpassen. Und kommen wir nun zum nächsten Collectible Job und zwar nämlich von Disney bzw. The Villians. Und der wird am 28. Oktober, das heißt am Samstag um 17. deutscher Zeit droppen, mit insgesamt fünf Metal-Disney-Villian-Postern. Und diese sind tatsächlich sogar auch noch animiert. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt an dieser Stelle auch mal direkt an. Ihr seht es auch schon hier mit Sound. Den Sound werde ich euch an dieser Stelle gleich nochmal separat zeigen. Hier sehen wir die Poster. Das Ganze hier immer mit einem Listenpreis von 25 Gems pro Blindbox. Das Ganze hier bei einer Editionzahl von 1111. Ansonsten natürlich eine First Edition an dieser Stelle. Hier kommen wir dann zum nächsten Poster, Evil Queen. Das Ganze wird hier eine Editionzahl von 1111 wiederhaben und natürlich auch eine First Edition sein. Anschließend kommen wir hier zum nächsten Poster. Das Ganze wird eine Editionzahl von 888 Stück haben und natürlich an dieser Stelle auch wieder eine Altraire und First Edition sein. Als nächstes kommen wir dann zu einer weiteren Altraire, Cruella. Hier werden wir eine Editionzahl von 888 Stück wiederbekommen. Als nächstes haben wir dann hier noch ein weiteres Poster und zwar nämlich Ozola als Secret Ram mit 455 Collectibles. Für mich persönlich wird dieser gesamte Job aber wahrscheinlich ein Skip werden. Nichtsdestotrotz zeige ich jetzt auf jeden Fall nochmal euch ganz kurz die Sounds der einzelnen Bilder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ihr habt euch jetzt gerade mal die Sounds geben können. Ich persönlich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Job und einen sehr interessanten Weg, den Disney hier auch geht. Ich bin, wie gesagt, hier auf jeden Fall nicht allzu positiv gegenüber dem Job gestimmt. Ich finde das eine coole Aktion, eine neue Art von Postern, die hier ins Spiegel gebracht werden. Nichtsdestotrotz für mich persönlich ist das Ganze nichts. Schreibt aber auch mal sehr gerne unten in die Kommentare, wie ihr dieses ganze Format findet, beziehungsweise diese Poster findet. Als nächstes kommen wir zu einem Video, beziehungsweise zu einem weiteren Collectibles und zwar nämlich von Jurassic Park. Und hier gab es schon vor, ja, etlichen Jahren, kann man schon fast so sagen, bei David Yu ein Video auf Instagram, wo er durch das Tor von Jurassic Park gelaufen ist. Unter anderem gab es auch gestern mit Twitter Space eine ganz kurze Erwähnung von Alex G, beziehungsweise dem Marketing Manager, dass hier wohl irgendwas mit einem Tor kommen soll. Und David hat, ja, komischerweise hier auch drauf geantwortet mit so einem Magic Stab, was für mich persönlich ein großes Indiz darauf ist, dass wir tatsächlich dieses Tor im November dann auch endlich sehen werden. Ich bin sehr gespannt, ob es in der selben Qualität wie dort auch kommen wird oder ob wir das tatsächlich in einer neueren Auflage sehen werden. Ich werde dich aber, wie gesagt, auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten. Als nächstes schauen wir uns mal ganz kurz den Bloodstone Hashtag OneComic an und der wird ja am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit, wir haben uns gestern schon die Details angeschaut auf GoCollect, das ist kein allzu starkes Comic, könnte aber trotzdem interessant werden, um neue User von einer ganz anderen Community mit ins Boot zu holen. Hier haben wir eine Limited Edition mit insgesamt nur 6.000 Stück, der ganze Listenpreis hier wird immer 7 Gems betragen und wie man hier auch schon sieht, die Edition-Auflage ist schon sehr, sehr niedrig. Insgesamt nur 150 Secretaries, die insgesamt verfügbar sind. Public sind es aber tatsächlich da nochmal deutlich weniger, weil einfach Vivi sich ja noch welche abzweigt. Dementsprechend wird das auf jeden Fall sehr interessant. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den wichtigsten News, die du auf jeden Fall wissen musst und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like hier unter diesem Video von dir freuen und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.